Hey, da ist der Ben. Ich bin heute bei der Berufsfeuerwehr in Klagenfurt, um mir mal anzuschauen, wie schnell echte Profis zum Einsatz kommen. Und genau das versuche ich jetzt auch. Stangenrutschen aus 6 Metern Höhe im besten Fall in Rekordzeit. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich glaube der Michi hat mich vernichtend geschlagen. Man merkt halt, wenn es wirklich wichtig ist, da sind Profis am Werk. Aber Michi, wie hat mich angestellt? Ja, da hat eigentlich nicht so schlecht gepasst. Man fangst noch ein kleiner bei uns. Ja, Jobangebot, hätte ich schon einmal.